Spaß für Kinder Nee, nee, wir fahren gleich morgen früh los. Ja, ich freue mich auch. Tschüss, Mutti. Deine Mutter backt sicher einen leckeren Kuchen für uns. Ganz sicher. Evi, kommst du bitte mal? Ich komme. Ja, Mama. Schatz, wir fahren morgen zur Oma. Und wenn du was mitnehmen möchtest, dann mach jetzt schon die Tasche fertig. Wir wollen früh los. Oh, ja, ja, juhu. Wir fahren zur Oma. Ich nehme ein Buch mit. Was noch? Ah, meine Prinzessin. Ich habe meine Tasche gepackt. Oh, wie schön. Es schneit. Evi, Zeit ins Bett zu gehen. Okay, Mama. Träum was Schönes. Gute Nacht, Mama. Bobby, ich bringe schon mal das Gepäck ins Auto. Okay, wir kommen auch gleich. Oh, es hat aber stark geschneit. Ich kriege die Tür nicht auf. Oje, der Schnee blockiert die Türe. Papa, was machen wir denn jetzt? Keine Sorge, Schatz. Ich kletter zum Fenster raus und räume den Schnee zur Seite. Endlich. Ich bin draußen. Oh, so viel Schnee. Nee, nee. Mit der Schaufel wird das nix. Das ist ein Fall für den Schneepflug. Hm, wer weiß, wann der hier vorbeikommt. Schatz, bist du so weit? Tut mir leid, Bobby. Heute können wir nicht vor die Tür. Ha, ich hab mich so auf Oma gefreut. Was machen wir denn jetzt den ganzen Tag zu Hause? Hm, sei nicht traurig, Sonnenschein. Wir machen es uns einfach zu Hause gemütlich. Wir können zum Beispiel... Mensch, ärgere dich nicht spielen. Ja, genau. Oder, äh, Uno. Oh, okay. Ich hol die Karten. Und ich kletter wieder zum Fenster rein. Haha. Wir machen es schon mal. Ja. Ja.